Sie hat wohl ihre Gründe und es gibt mich schon nichts an, doch seit ewiger Zeit blieb ich Tür an Tür, wie er ist. Sie hat wohl ihre Gründe und es gibt mich schon nichts an, doch seit ewiger Zeit blieb ich Tür an Tür, wie er ist. Liebe Jutta-Freunde, der Bauhaus ist ein Zerti-Einweiss-Erbsen. Dettel, Dettel. Dettel. Wir sollen unsere Morgenstelle bei Berlin ad SNF-1. SRF- Verkehrsinfo. Die Übersicht in der Region Winterthur ist die A4 Richtung Zürich zwischen Hengard und der Verzweigung Winterthur Nord zur Zeit wegen eines ungekippten Lastwagens gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Als Folge auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wülflingen und der Verzweigung Winterthur Nord zu dem Leiter auf der A4 Richtung Schaffhausen zwischen der Verzweigung Winterthur Nord und Hengard Stau. Ein Stau der Stockend an folgenden Strecken in der Region Zürich. Ja, wie fühlt ihr Freunde? Ich musste das Saatgut nachbestellen und es hat geklappt, prompt geliefert worden. Jetzt bis da halb sechs Uhr. Um fünf Uhr habe ich da noch einmal 150 Kilo bekommen. Ihr seht, es sind jetzt 290 Aaren. 290 Aaren und man sieht da noch den Streifen. Das gibt da locker drei Hektaren oder mehr. Und dann muss ich noch zweimal quer säen. Ich brauche da schon noch Saatgut. Ja, liebe Utterträunde. Feldfertig gesagt, es waren nicht 285 Aaren, sondern 330. Ich habe mich da irgendwie verrechnet mit der Feldgrösse. Ich weiss auch nicht, warum. Und das Problem ist auch jetzt, ich habe 285 Aaren angemeldet. Es gibt da Direktzahlungen pro Hektar. Jetzt weiss ich nicht, ob ich das nachmelden kann oder nicht. Das wird sich dann zeigen. Gut, Feldfertig. Feierabend. Halb sieben. Der Bauerhaus macht Feierabend. Und hier noch die Sonne, die da untergeht. Sehr schöner Abend. Treffe tierierabend. Glöm dich. Feierabend.